Rassismus, Fremdenhass, Antisemitismus, alles Themen, die irgendwie nie aus der Gesellschaft verschwinden. Grund genug, eine Review über einen Film zu machen, der sich genau dieser Thematik annimmt und einen sehr interessanten Kommentar dazu abgibt, wie ich finde. Bühne frei für American History X. American History X ist vielleicht der intensivste, intelligenteste und emotionalste Film, der sich mit Antisemitismus, Rassismus und Ideologien beschäftigt. Das allein macht ihn aber noch nicht zu einem guten Film. Auch wenn die Handlung eine große Rolle spielt, ist auch die Cinematography, die Schauspieler, die Dialoge und der Schnitt ein wahres Meisterwerk. Aber eins nach dem anderen. American History X ist ein US-amerikanischer Film von 1998. Regie führte Tony Kaye, ein relativ unbekannter Regisseur, der verhältnismäßig wenig Filme gemacht hat. Die Hauptpersonen im Film sind Derek Vinyard und sein kleiner Bruder Danny. Derek ist ein überzeugter Neonazi. Er zerstört durch seine Ideologien und seinen Extremismus seine Familie. Als er zwei Schwarze tötet, als sie bei ihm einbrechen, wird er ins Gefängnis geschickt. Sein kleiner Bruder Danny bekommt den Mord an den Einbrechern direkt mit und wird selbst Teil der Neonazi-Szene, während Derek seine Zeit im Gefängnis absetzt. Wie geht es so in der Schule? Ganz gut. Ja? Ganz gut. Du musst dringend was mit deinen Haaren machen, das Zeug muss wieder runter. Ich weiß nicht, die Mädchen stehen drauf, also. Aber ich nicht. Derek erlebt in seiner Zeit im Gefängnis verschiedene Dinge, die ihn zum Nachdenken bewegen und am Ende seiner Haftzeit hat er schließlich eingesehen, dass seine Taten falsch waren und er will sich von der Zeit als Neonazi distanzieren. Doch das ist gar nicht so einfach, wie er denkt. Das ist mal grob die Handlung des Filmes. Es gibt natürlich noch ganz viele andere interessante Facetten im Film und Charaktere. Aber was genau macht diesen Film jetzt eigentlich so gut? Wir schauen uns mal ein paar Charaktere ein bisschen genauer an. Die Figur des Derek Vinyard ist extrem komplex. Der Film suggeriert, dass Dereks antisemitische Neigung von seinem Vater kommen. Dereks stammt aus einer mittelständischen Familie, die sehr glücklich ist. Dereks hat drei Geschwister, die er alle liebt und die haben eine sehr starke Familienbindung. Dereks Vater, der ist ein Feuerwehrmann. Er stirbt, als er einen Brand in einem Drogenlabor in Compton löschen muss und von einem Schwarzen erschossen wird. Für Dereks bricht da eine Welt zusammen. Er ist halt ein junger Mann, der sehr verzweifelt ist und einen Weg sucht, seinen Hass und seine Verzweiflung in eine richtige Richtung zu geben. Dass anständige Schwerarbeiten Amerikaner wie mein Dad von Sozialparasiten umgelegt werden. Aber was hat das alles... Und genau da wird der Charakter eigentlich erst interessant. Derek ist extrem intelligent. Er ist eigentlich viel zu klug, um nicht zu verstehen, dass Fremdenhass sinnlos ist. Allerdings ist Derek nicht der klassische Nazi, sondern er hat eine extrem stringente Ideologie. Derek ist mit Leib und Seele ein weißer, arischer Mann. Er ist fest davon überzeugt, dass andere Völker und Rassen minderwertig sind und nichts außer Gewalt, Unordnung und Hass verbreitet. Der Unterschied zu vielen anderen Nazis ist allerdings, dass Derek keine Kompromisse eingeht oder keinen Umständen. Er sieht nur das, was er sehen will. Und als er dann im Gefängnis einen schwarzen Insassen kennenlernt, beginnt er so langsam an seinen Überzeugungen zu zweifeln. Irgendwie weiß ich nicht genau. Es gibt Sachen, die... die nicht zusammenpassen. Derek, wenn du so intelligent bist, wie ich glaube, musst du dich irgendwann damit abfinden, dass deine alte Überzeugung Blödsinn ist. Hey, eine Sekunde, ja? Ich hab gesagt, ich bin verwirrt. Nicht, dass ich es nicht mehr glaube. Gut, deshalb musst du offen bleiben. Wie bereits gesagt, Derek ist eben extrem intelligent und früher oder später musste er dann einfach einsehen, dass der ganze Rassismus, dass der ganze Antisemitismus keinen Sinn macht. Ich find's extrem erschreckend, wie sehr der Charakter des Dereks mich bewegt. Egal zu welchem Zeitpunkt des Filmes, dieser Charakter ist einfach niemals unsympathisch und niemals der dumme Nazi, mit dem man kein Mitgefühl haben kann. Derek verkörpert eine dermaßen starke Persönlichkeit, die meiner Meinung nach perfekt widerspiegelt, wie ein einzelner Mann, der von einer Sache unendlich überzeugtes Fremdenhass in die Köpfe von leicht empfänglichen Leuten einpflanzen kann. Die wirklich gefährlichen Nazis sind nicht die, die auf der Straße Ausländer verprügeln. Die wirklich gefährlichen Nazis sind diejenigen, die im Anzug und Krawatte in hohen Positionen arbeiten und die mit ihrem Charisma andere Menschen manipulieren. Zum Schluss möchte ich noch eine Sache über Derek sagen. Ich habe es während der gesamten Zeit des Filmes nie so empfunden, dass seine Abkehr von diesem ganzen Nazi-Dasein in irgendeiner Art und Weise unrealistisch gewesen wäre. Sondern das geht wirklich Hand in Hand und hat mich wirklich davon überzeugt, dass in seinem Kopf sich was verändert hat. Und ich als Zuschauer konnte es wirklich nachvollziehen. Also da ist wirklich ein sehr gutes Skript geschrieben worden. Dereks kleiner Bruder ist ähnlich intelligent wie Derek, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen klüger. Derek war schon immer seine Bezugsperson, die er bewundert hat. Das hat sich dann nochmal gesteigert, als sein Vater gestorben ist. Deshalb versucht er auch seinen Bruder nachzueifern und wird eben auch Nazi. Denn die repräsentiert die Saat, die Derek während seiner aktiven Zeit als Neonazi gestreut hat. Glücklicherweise hat Derek noch einen großen Einfluss auf seinen Bruder, nachdem er aus dem Gefängnis rauskommt. Und dann kann er ihn auch sehr schnell überzeugen, dass er aussteigen soll. Und das sind nur zwei Charaktere. Es gibt noch ganz viele andere wirklich sehr interessante Charaktere mit sehr interessanten Überzeugungen wie Dr. Sweeney oder Alexander Cameron. Ich fürchte, das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Sie wollten einen Aufsatz über ein freizuwählendes Buch, das sich mit dem Kampf um die Bürgerrechte beschäftigt. Unmissverständlich. Du musst dir vor Augen führen, was die Leute für einen Respekt vor dir haben, Derek. Wenn du soweit bist, komm zu mir, wir reden darüber. Der Film spielt in zwei Zeitsträngen. Einmal in der Vergangenheit, in der die Geschichte von Derek erzählt wird, während und bevor er im Gefängnis ist. Und einmal in der Gegenwart, nachdem er entlassen wurde. Die Sehnen in der Vergangenheit sind schwarz-weiß, ähnlich wie in dem Film Momento. Und der ist ja auch überragend. Außerdem sehen wir in dem Film extrem viele Close-Ups von den Gesichtern der Hauptfiguren. Oftmals sogar, wenn eine andere Figur redet. Dadurch nimmt man die Emotionen besser wahr und der Zuschauer bekommt einen noch emotionaleren Eindruck von den Figuren. Meinst du, was du damals getan hast, war falsch? Och komm, jetzt hör mal auf. Was diese Nigger da gekriegt haben, haben sie verdient und das wissen wir doch alle. Die Szenenbilder sind voller Bildersprache. Wir sehen Bilder von Adolf Hitler, Hakenkreuze, andere Nazi-Symbole. Aber es wird auch immer wieder die amerikanische Flagge gezeigt. Und auffällig ist auch, dass Derek während seiner Zeit im Gefängnis und danach nur noch weiße, eng anliegende Kleidung trägt. Der Film, der ist einfach vollgestopft mit Symbolik. Auch schon Kleinigkeiten, dass Derek keine Glatze mehr hat, nachdem er aus dem Gefängnis kommt. Das ist auch schon Bildsprache. Als letztes möchte ich noch kurz auf die immer wiederkehrenden Slow-Motion-Szenen eingehen. Einige Szenen werden in extremer Zeitlupe gezeigt, wodurch eine entweder glorifizierende Wirkung eintritt, wie etwa bei dem Basketballspiel im Park, oder es wird deutlich eine dramatische Szenen, wie etwa als Derek vergewaltigt wird oder als er vor dem Spiegel steht und sein Hakenkreuz-Tattoo anschaut. Diese Szenen sind gleichzeitig kleine Verschnaufspausen für den Zuschauer, der sich während diesen Szenen das Gesehene noch ein bisschen besser verarbeiten kann, der sich darüber Gedanken machen kann. Weil in der Szene wird ja alles sehr langsam gezeigt, es gibt keinen Dialog, man muss alles ein bisschen auf sich wirken lassen und das ist auch wirklich nötig bei der Fülle an Informationen und Handlungen, die wir in diesem Film erleben. Für mich ist American History X uneingeschränkt einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Die Handlung ist schlüssig, die Charaktere sind sehr gut dargestellt und das Ende ist einfach unerreicht. Vor allem die Darstellung des sympathischen Nazis Derek wird den Zuschauer zum Nachdenken anregen, genauso wie die unkommentierten Nazi-Reden, die Derek hält. Der Zuschauer, der muss das wirklich alles selbst reflektieren. Viele werden vielleicht sogar im ersten Moment Derek und seinen geschliffenen Reden recht geben, nur um dann aufzuschrecken, wie empfänglich man doch wirklich für Rassismus ist. Niemand wird gerne mit erhobenem Zeigefinger belehrt, deshalb überlässt der Film es dem Zuschauer selbst, sich eine Meinung zu bilden. Dieser Film zeigt keine Lösung für Rassismus oder Antisemitismus. Eigentlich gibt es auch keine Lösung dafür. Sind die schwarzen Drohendealer daran schuld, dass Derek zum Nazi wird? Oder vielleicht war es auch schon vorher so, weil sein Vater ihm gelehrt hat, dass man schwarz nicht trauen soll? Ich weiß nicht, Dr. Sweeney, der macht einen so starken Eindruck, dass es schwer ist, nicht zuzuhören. Aber, naja, manches, was er sagt, ist vielleicht doch... Das ist Blödsinn. Ja, vielleicht manchmal. Nein, nein, es ist Nigger-Blödsinn. Oder ist die Gesellschaft und ihre überschwängliche Gleichberechtigungspolitik schuld? Schließlich bekommt Dereks Vater zwei schwarze Männer in seine Einheit, obwohl sie weniger geeignet sind als weiße Mitbewerber. Sie wurden eben genommen, weil sie schwarz sind und heutzutage alles gleich sein muss. Der Film lässt diese Fragen offen, denn es gibt dafür auch keine Antwort. Was der Film allerdings nicht offen lässt, sind die Folgen von Rassismus und Extremismus. Wer Hass sieht, der wird auch Gewalt ernten. Man kann seiner Vergangenheit nicht entkommen und jeder Aktion folgt eine Reaktion. Wenn uns der Film aber eine Sache lehrt, dann die Sinnlosigkeit von Gewalt. Und dabei spielt es wirklich keine Rolle, ob die Gewalt von Schwarzen oder Weißen ausgeht. Denn beides wird im Film sehr deutlich gezeigt. Aus Hass und Gewalt folgt eben immer nur noch mehr Hass und Gewalt. American History X ist ein Familiendrama und zeigt menschliche Abgründe in einer so erschreckenden und realitätsnahen Form, dass es sehr schwer ist, sich da abzuwenden. Der Film bleibt, nachdem man ihn gesehen hat, noch einige Zeit im Kopf und man wird definitiv darüber diskutieren können. American History X ist sicherlich ein polarisierender Film. Es gibt Menschen, die sagen, der Film ist nicht gut, weil durch seine Filmästhetik Rassismus glorifiziert wird. Wenn ihr das auch so seht, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eure Argumente unten in die Kommentare schreibt. Ich sehe das nicht so, aber lasst uns doch gerne diskutieren. Das war's von diesem Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns kommende Woche und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen. Ciao. Ich weiß, was ihr euch fragt. Ist das Schwert im Hintergrund eigentlich echt? Und ich kann so viel sagen, es ist scharf und bereit für Schandtaten. Aus diesem Grund solltet ihr jetzt schleunigst diesen Kanal abonnieren und auf dieses oder dieses Video hier klicken. Bis zum nächsten Mal.